Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es ist immer Zeit auch Bilanz zu ziehen und das machen wir heute mit dem Sportvorstand Dieter Hecking. Hallo Hecking. Hallo. Wenn man ein bisschen zurückschaut auf 2021, wie wird der Mensch und wie wird der Sportdirektor Dieter Hecking das Jahr so zusammenfassen? Ich glaube, es war für alle als Mensch ein stressiges Jahr mit der Pandemie. Ich denke, es hat natürlich auch ein bisschen im privaten Bereich sich reingezogen und beruflich würde ich sagen, wir haben den nächsten Schritt vollzogen. Wir sind in der Entwicklung ein Stückchen weit vorangekommen, ohne dass wir wollen, dass das Stillstand heißt. Das muss weitergehen. Im Sommer haben Sie ja das Saisonziel ausgegeben, Platz 5 bis Platz 8. Die Mannschaft hält sich bis jetzt sehr gut dran. Also man ist absolut im Soll, oder? Ja, ich jetzt mal unabhängig. Wenn man einen Tabellenplatz ausgibt, dann hat man natürlich für jeden nach außen oder jeder von außen weiß. Also wenn sie das schaffen, dann haben sie das Ziel erreicht. Das beurteile ich natürlich trotzdem noch einmal ein differenzierter. Ich glaube, mir geht es ja darum, wie entwickeln sich einzelne Spieler, wie entwickeln wir uns als Mannschaft, wie entwickeln wir uns im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Liga, wie entwickeln wir uns als Verein, wie stehen wir in der Öffentlichkeit da. Also da gibt es schon noch ein paar Punkte mehr, die bei einer Saisonzielbetrachtung dazu reintrießen. Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Zur selben Zeit, vor genau einem Jahr waren Sie ja auch schon Sportvorstand, hatte der Klub zur Halbzeit, zur Saisonhalbzeit 20 Punkte auf Platz 12. Jetzt sind es sogar sieben Zähler mehr. Woher kommt so die Verbesserung aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube ganz einfach, dass wir im letzten Jahr natürlich schon angefangen haben, an einer nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten. Wir hatten im letzten Sommer die Möglichkeit, auch den Kader mal grundlegend ein Stück weit zu verändern. Ja, das haben wir geschafft. Wir hatten viele Abgänge. Wir haben nicht so viele Neuzugänge gehabt. Wir haben den Kader ein bisschen verschlanken können. Wir haben dem Nachwuchs noch mal verstärkt eine Chance gegeben, sich bei uns zu zeigen. Und ich glaube, das sind hauptsächlich die Gründe. Auch der Trainerstab hat sich nach einem Jahr des Abtastens, denke ich, weiterentwickelt. Er hat eine gute Entwicklung genommen. Und von daher ist das dann auch das Produkt dessen, was wir jetzt sehen, dass wir insgesamt sehr stabil wirken. Ja, dass wir nicht so leicht aus dem Ruder laufen, wie vielleicht das Jahr vorher. Und das sind so die kleinen Schritte, die ich meine, die wir gegangen sind. Und jetzt gilt es halt, den Prozess weiter im Laufen zu halten. Wenn Sie so auf die 17 vergangenen Spiele zurückschauen, was hat Ihnen gut gefallen? Was hat Ihnen vielleicht noch nicht so gut gefallen? Ja, ich fand, dass wir im Zweidrittel der Vorrunde sehr stabil, defensiv gearbeitet haben. Dass wir dem Gegner wenig Chancen gegeben haben. Hinten raus, klar, waren es auch fußballerisch bessere Gegner, die uns dann auch vor das ein oder andere Problem mehr gestellt haben. Trotzdem waren gute Spiele dabei. Heidenheim zu Hause, St. Pauli zu Hause. Ja, wo wir sehr gut gespielt haben. In Hamburg haben wir ein gutes Spiel gemacht. Leider, DFB-Pokal leider ausgeschieden nach einem tollen Spiel. Also es waren schon ein paar Highlights dabei. 2021 war ja auch sportlich ein turbulentes Jahr. Es war ja noch die Rückrunde der vergangenen Saison und jetzt die Hinrunde auch, Sie haben es schon angesprochen, deutlich stabiler. Haben Sie das Gefühl, die Mannschaft ist auch auf dem Weg, den Sie auch vorgeben, auf dem richtigen Weg sozusagen? Ja, wenn man es rein von den Punkteausbeuten angeht, von der Art und Weise, wie sie jetzt spielen, glaube ich schon. Ja, aber es ist immer gefährlich, Zufriedenheit nach außen zu tragen. Ich bin nie zufrieden. Ich bin immer ehrgeizig und ambitioniert und würde natürlich auch noch mehr wünschen, so ein Spiel wie auf Schalke. Das ärgert mich im Nachhinein trotzdem, dass man da 4-1 verliert, weil man doch nach einer ersten 20 Minuten auf Augenhöhe war. Man macht den Ausgleich mit viel Aufwand und dann gehen wir es relativ einfach her, dann das Spiel. Und das sind so die Dinge, die ich meine. Da fehlt vielleicht dann doch noch ein bisschen was, wo wir hoffentlich irgendwann auch diese Lücke schließen. Man spricht ja in den vorderen Regionen der Tabelle immer gern von einer Spitzenmannschaft. Sind Sie mir böse, wenn ich den Klub schon eine Spitzenmannschaft nenne? Nein, weil rein tabellarisch trifft es ja zu. Ja, wir sind zwischen Platz 1 bis 9. Ich glaube, zwischen Platz 3 und 9 sind drei Punkte Unterschied und wir sind mittendrin. Also von daher sind wir eine Spitzenmannschaft. Aber mir macht die Tabelle Spaß, weil sie gibt uns viele Möglichkeiten. Wie weit wir sie nutzen können, werden wir sehen. Das Einzige, was vielleicht ein kleiner Wermutstropfen auch für Sie als Sportvorstand ist, dass gerade die Spiele gegen die sechs Mannschaften, die vorm Klub sind, dass da kein einziger Sieg rauskam. Ist das so ein kleiner Dorn, der ein bisschen sticht oder ist das in Ordnung in dem Entwicklungsprozess, in dem man sich hier auch befindet? Ja, ich fand gegen St. Pauli das Heimspiel war eng. In Darmstadt war nach dem Pokal aus, denke ich war, war man nicht weit weg von Darmstadt. Ja, wenn man jedes einzelne Spiel war so ein bisschen aufbröselt. In Hamburg haben wir unentschieden gespielt, gegen Regensburg unentschieden gespielt. Auswärts. Wer ist jetzt noch vor uns stehend? Das weiß ich schon gar nicht. Aber Heidenheim geschlagen, zum Beispiel auch 4-0, die ja auch irgendwo mit uns dabei sind. Also da ist schon etwas entstanden. Aber ja, es ist eben dann, wo schaffen wir es nochmal diesen Schritt mehr zu gehen in der Rückrunde, dass wir auch gegen diese vermeintlichen Mannschaften, die mit uns da oben stehen, dass wir da noch mehr Sieger einfahren. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir das schaffen. Sprechen wir noch ein bisschen auch über Ihre persönliche Entwicklung als Sportvorstand. Ja, welche Rolle sehen Sie auch bei sich in diesem Transformationsprozess und wie läuft auch die Zusammenarbeit mit Olaf Rebbel an der Seite zurzeit? Ja, also erstmal sehe ich mich schon natürlich als Chef vom Ganzen neben Nils Rosso. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass die beiden Vorstände sehr harmonisch miteinander arbeiten, ohne dass wir da immer Friede, Freude, Eierkuchen haben. Wir können uns auch zoffen, aber es geht immer um die Sache, also sprich um den 1. FC Nürnberg, nicht um persönliche Eitelkeiten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man immer die Sache im Vordergrund sieht. Und genauso ist es bei Olaf und bei mir. Ja, dass Olaf hat ganz klar das operative Geschäft zu bearbeiten, mit den Beratern zu sprechen, Transfers vorzubereiten, wo wir am Ende immer im Team entscheiden werden. Da gehört auch der Robert dazu, als Cheftrainer, dass wir nie eine Entscheidung alleine treffen werden, sondern immer zu dritt uns den Themen widmen, die Themen angehen, besprechen, klare Aufgabenverteilung haben, wer was macht in diesem Prozess. Und am Ende wollen wir immer möglichst eine Einstimmigkeit haben bei möglichen Transfers. Wenn Sie das Thema Transfers schon ansprechen, die Neuverpflichtungen haben alle sehr gut gefruchtet. Also da haben Sie auch mit Ihrem Team eine gute Hand bewiesen, kann man sagen. Das war ja nicht immer so in der Vergangenheit. Ja, was vorher will ich gar nicht beurteilen. Wir lassen uns daran messen, was wir jetzt hatten. Wir hatten ein klares Aufgabenprofil. Wir wollten in der Defensive uns verbessern. Ich glaube, das ist mit Christopher Schindler leider Florian Hübner sehr früh angeschlagen in der Saison mit einer langwierigen Schulter-OP ausgefallen. Aber Chris, wie er es gemacht hat, war, denke ich, genau das, was wir uns erwartet haben, dass er der Stabilisator wird, dass er die Führung da hinten übernimmt. Das hat er geschafft. Kilian Fischer als rechter Verteidiger, als Backup für Enrico. Ich glaube, dass da noch mehr kommen wird in Zukunft. Da geht noch mehr. Florian war, haben wir schon gesagt, verletzungsbedingt ausgeschieden. Ja, dann Lino Tempelmann, Thailan Duman, die wir natürlich auch nennen müssen. Gute Entwicklung genommen bei uns. Macht Spaß hinzuzugucken. Koka Rausch, wichtig für die Kabine mit seiner Erfahrung. Also ich glaube, da habe ich schon fast alle aufgeführt jetzt. Also ich bin gänzlich mit unserer Transferpolitik, können wir einverstanden sein. Genau, Sie haben schon gesagt, die Verteidigung funktioniert prima. War ja bis zum Schalke-Spiel auch die beste Abwehr der Liga. Mittelfeld sehr dynamisch. Klopft man sich da auch ab und zu mal ein bisschen auf die Schulter, so im stillen Kämmerchen, heimlich? Nee, ich glaube, das wäre falsch. Natürlich sind wir zufrieden, wenn unsere Neuzugänge einschlagen. Aber es gibt ja wahrscheinlich dann, wenn es mal nicht passt, auch mal Gründe dafür, warum es nicht passt, ohne dass man die nach außen tragen muss. Wir versprechen uns immer etwas, wenn wir Spieler verpflichten, hast du immer die Idee, es wird besser. Und trotzdem wird es irgendwann mal auch Gründe geben, warum es nicht immer gleich fruchtet. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, was die Auswahl von möglichen Kandidaten ausgeht. Dass wir vor allen Dingen wissen, welches Profil wir haben wollen, welche Position für uns wichtig ist, so wie jetzt auch Richtung Sommer 2022, 2023, dass wir eigentlich jetzt schon im Kopf haben, was wir vorhaben. Dann geht es darum, in diesem Zeitraum den passenden Kandidaten zu finden, der sowohl sportlich, menschlich, aber auch wirtschaftlich zu uns passt. Also das sind dann schon noch ein paar Kriterien, die wir bearbeiten müssen. Sie sind jetzt seit Juli 2020 auch hier als Sportvorstand im Amt. Also man kann sagen, Sie haben eine der größtmöglichen Herausforderungen bestehen müssen. Die Corona-Pandemie hat ja auch Ihnen mächtig ins Geschäft gewirbelt. War auch gar nicht so einfach, oder? Damit umzugehen, mit allen anderen Faktoren, die man sowieso schon als Sportvorstand zu bearbeiten hat. Also ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Zeit erlebe, wo ich ohne Pandemie als Sportvorstand arbeiten kann, weil ich natürlich dann auch hoffe, dass es auch vieles einfacher wird. Aber wir als Verein, denke ich, haben, wie alle anderen Vereine glaube ich auch, einen guten Job gemacht jetzt während der letzten Zeit mit der Pandemie. Es ist nicht einfach, Geisterspiele zu absolvieren, keine Einnahmen zu haben. So wie es jetzt ja auch wieder passiert ist im Dezember, wo wir gegen St. Pauli und Kiel, denke ich, deutlich mehr Zuschauer hätten haben können, wie wir dann am Ende des Tages gehabt haben. Deshalb hoffe ich mir einfach, dass auch die Politik nicht nur polemisch auf die Bundesliga verweist, sondern wirklich auch da berücksichtigt wird, dass eben nach unseren Erkenntnissen, die aus der Liga kommen, volle Stadien nicht dazu führen, dass Hotspots gebildet werden. Auch wenn dann immer kommt, ja, aber An- und Abfahrt. Aber es ist definitiv noch keine Zahl an mich herangetragen worden. Da hoffe ich schon, dass die Politik auch darauf eingeht, dass wir da zumindest vor Teilzuschauer spielen können. 50 Prozent Auslastung, wie wir zum größten Teil der Vorrunde gehabt haben, wäre schon hilfreich. Und das ist immer eine Herausforderung. Wir hatten Kurzarbeit, wir hatten jetzt wieder Homeoffice-Gebot. Also das ist ja auch etwas. Du kommst nicht so in die Taktung rein mit deinen Mitarbeitern. So dieses Miteinander, was man auch braucht als Fußballverein, fällt ein bisschen flach. Und das sind alles so nebenbei, so Nebengeräusche, die wir alle zu bearbeiten haben. Und das wird oft übersehen. Aber es gehört eben auch dazu, eine gute Stimmung im eigenen Betrieb zu haben, im eigenen Unternehmen, um auch nochmal Erfolge zu feiern gemeinsam. Das kommt ein bisschen kurz gerade. Stimmung ist auch noch ein gutes Stichwort. Der Klub ist ja traditionell für sein unruhiges Umfeld bekannt. Wie haben Sie es geschafft, da so viel Ruhe reinzubringen? Was ist das Geheimnis? Ich meine, indem man nicht so viel erzählt. Nein, ich weiß es nicht. Ich bin von Haus aus jemand, der Dinge anpacken will, das aber nicht groß rausposauen, sondern das schon im internen Kreis macht. Und das hilft einfach, weil du damit keine unnötigen Diskussionen außerhalb hast, die du nicht gebrauchen kannst, gerade dann, wenn du etwas entwickeln willst. Weil es muss nicht jeder meine Arbeit gut finden. Das erwarte ich auch gar nicht. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir gemeinsam an etwas arbeiten, nämlich irgendwann unsere Ambitionen, wieder mal in der Bundesliga zu spielen, wieder zurückzukehren. Das ist auch ein ständiger Prozess. Das geht nicht, weil man sagt, der Hacking ist da, jetzt klappt es wieder. Da wird es nicht funktionieren. Da bin ich mir absolut sicher. Aber wir machen gerade viele Dinge richtig. Sie haben gerade schon von Diskussionen gesprochen. Eine große Diskussion, die aktuell den Profifußball beherrscht, ist die Causa Kimmich. Sie haben sich ja in der Sache auch schon geäußert und gemeint, es geht vor allem auch um gesellschaftliche Verantwortung. Können Sie den Punkt ein bisschen ausführen? Ja, ich glaube, der Fußball ist der fast maximale Multiplikator in unserer Gesellschaft. Jeder kann über den Fußball reden. Und deshalb, gerade wenn so ein gesellschaftliches Problem auftaucht wie die Impfung in Deutschland, glaube ich, schon haben wir eine gewisse Vorbildfunktion. Aber ich weigere mich auch ganz strikt dagegen, Leute vorzuverurteilen. Ja, und natürlich war Kimmich vielleicht nicht gut beraten, das in einem Interview kundzutun, wie er es dann gemacht hat. Aber trotzdem muss man ja auch mal hinter den Menschen gucken. Vielleicht gibt es da wirklich andere Dinge, die ihn wirklich davon abhalten, sich impfen zu lassen. Und das muss man immer akzeptieren und tolerieren. Was ich nicht tolerieren werde, sind sogenannte Heuchler der Pandemie. Wenn die es nicht verstehen, dann habe ich da null Verständnis für. Aber ich habe immer Verständnis für Leute, die eben aus Gründen, die sie auch nicht offenlegen müssen für mich. Aber wenn es stichhaltige Gründe sind, sich nicht impfen zu lassen, haben wir das auch zu akzeptieren. Die Argumentation zählt immer, genau. Genau. Geisterspiele waren ein großes Thema. Man spricht ja auch gerne schnell von Wettbewerbsverzerrung, auch im Fußball. Man muss ja auch sagen, es ist schon schwierig, wenn in manchen Bundesländern Zuschauer erlaubt sind, in anderen nicht. Gerade für die Gastmannschaft dann immer ein sehr schwieriger Zustand. Kann sich die 2. Bundesliga so einen Flickenteppich überhaupt leisten? Klar, man kann sich alles leisten, aber es geht zulasten der Wirtschaftlichkeit. Es bringt nichts, wenn Schalke 04 vor 40.000 Zuschauern spielen darf. Und wir haben ein Geisterspiel. Das ist ein finanzieller Unterschied. Damit meine ich gar nicht mal sportlich. Sie haben recht, wenn wir dann als Auswärtsmannschaft in Schalke spielen, ist es ein anderes Gefühl, als wenn wir hier zu Hause gegen St. Pauli ohne Zuschauer spielen. Und du brauchst die Zuschauer, du brauchst die Emotionen im Stadion. Das haben wir auch gemerkt oder gelernt während der Pandemie, dass Geisterspiele, ja, sie sind was anderes. Aber man ist schon froh, wenn die Zuschauer wieder da sind. Aber ich möchte jetzt gar nicht darauf herumreiten, ob das dann eine Gleichbehandlung noch ist. Wir müssen das Beste daraus machen. Und wir dürfen erstmal froh sein, dass wir die Fußball-Ligen erhalten haben im Profifußball. Denn ich glaube, wenn wir einen Abbruch gehabt hätten, dann wären viele Vereine nicht mehr auf der Platte. Und deshalb müssen wir das akzeptieren, so wie es ist. Das allerdings wünschenswert ist schon, was ich eben ganz am Anfang gesagt habe, dass auch in Bayern wieder mit Fußball gespielt wird. Es ist ja auch jetzt eine, ja, die Winterpause steht an. Es ist für Sie natürlich keine Pausezeit, sondern da ist richtig viel Arbeit auch angesagt. Das geht natürlich in die Transferarbeit, viel Planung. Wie schwer ist so der Spagat aktuell, weil Sie schon auch die Einnahmeausfälle natürlich angesprochen haben, zwischen wirtschaftlicher Vernunft, aber auch natürlich den sportlichen Ambitionen hinzukriegen als Sportvorstand? Ja, das ist, wir werden nicht jeden Wunsch erfüllen können. Also es ist Weihnachten, also nicht jeder Wunsch wird erfüllt werden. Ja, das ist nun mal so, die Enttäuschung wird bei dem anderen im Gesicht stehen. Wir sind jetzt nicht so unter Druck, dass wir jetzt in der Winterpause, wer weiß wie, auf dem Transfermarkt tätig werden. Das kann ich eigentlich jetzt schon fast ausschließen. Wir haben so ein, zwei Dinge im Kopf. Ja, da wird man jetzt nicht gleich am Anfang sagen Hurra, aber so ein, zwei Dinge haben wir im Kopf. Vielleicht lässt sich da was von realisieren. Aber unterm Strich geht es darum, dass wir mit der Mannschaft sehr zufrieden sind, wie sie sich gerade entwickelt. Und man muss immer abwägen, was macht ein Neuzugang mit der Mannschaft? Bringt ihr diesen Mehrwert, den man auch sich wünscht? Oder aber sagt man einfach, hey, lass sie mal das halbe Jahr so weiterlaufen, das ist schon gut genug. Also wir halten fest, Sie haben ein bisschen Spielraum zumindest. Wir hatten vorher über die Defensive gesprochen, die ja sehr gut funktioniert. Sie haben ein paar Dinge im Kopf. Ich will jetzt nicht sagen, der Angriff ist noch eine Baustelle. Sagen wir ausbaufähig, können wir uns darauf einigen? Ich glaube, wir sind insgesamt als Verein ausbaufähig. Das hat nichts mit Stürmern oder Verteidigern zu tun. Ich denke, wir als Verein sollten uns für 2020 diese Ausbaufähigkeit auf die Fahne heften. Weil wir sind immer noch mit in einem Prozess. Und da geht es nicht darum, dass wir gerne einen Stürmer hätten, der 15 Tore macht. Dann hätten wir vielleicht auch 20 gegen Tore mehr. Es muss immer die Ausgewogenheit bleiben. Und das haben wir im Auge. Genau. Aber wenn man sich bei den anderen Vereinen umschaut, es fehlt so ein bisschen der Torgarant. Erik Schoerenhoff ist ja mit fünf Toren der erfolgreichste Torschütze. Ist das auch eine Abwägungssache, dass man sich von einem Stürmer auf der anderen Seite nicht ganz so abhängig machen will, aber doch irgendwie den Angriff versteht? Ich weiß es ja nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ein Terrodder bei uns 15 Tore schießen würde. Das ist ja immer diese Wette, die man bei einem Transfer auch in gewisser Weise eingeht. Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir mit unseren diesjährigen Neuverpflichtungen sehr viel richtig gemacht haben. Ja, aber trotzdem kann es sein, dass wir sagen, wir haben noch einen Stürmer, den wir gerne holen würden. Der kommt dann und trifft dann nicht gleich. Dann warum hat man ihn überhaupt geholt? Also die Diskussion, die muss man aushalten, wenn man sich dazu entschließt, was zu machen. Aber wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt. Wir haben ein bisschen was im Kopf. Wir haben auch nicht den ganz großen Spielraum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aus dem Vollen schöpfen könnte. Aber wenn wir nichts machen, sollte man nicht überrascht sein. Jetzt haben ja mit Johannes Geis und Erik Schuranoff schon zwei Leistungsträger verlängert. Haben Sie vielleicht noch für die Fans als kleine Weihnachtsüberraschung noch andere Neuigkeiten? Das ist schon was anderes in der Pipeline mittlerweile? Nein, im Moment nicht. Im Hintergrund ist Olaf Rebbe am Arbeiten. Aber ich schließe fast aus, dass wir noch eine positive Meldung vor Weihnachten haben. Die Leihspieler funktionieren ja auch außerordentlich gut. Linus Tempelmann hatten Sie am Anfang schon angesprochen. Auch Tom Kraus regelt das Mittelfeldjahr einwandfrei. Jetzt muss man natürlich davon ausgehen, dass die abgebenden Vereine auch die Spieler zurückhaben wollen werden. Oder sehen Sie die Chance, dass man die beiden zum Beispiel auch länger halten könnte? Ja, ich sehe immer eine Chance für uns. Weil ich glaube auch die Jungs wissen, dass sie hier sehr gut aufgehoben sind. Aber es spielen halt viele Dinge da mit rein. Aber im Moment gehe ich noch nicht davon aus, dass beide Spieler weg sind im Sommer. Wir werden auch da Gespräche führen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wobei bei Linus Tempelmann das kann ich bestätigen. Ja, es gibt die Rückholklausel von Freiburg. Aber ich habe mit ihm jetzt vor kurzem mal gesprochen. Das muss nicht zwingend sein, weil ich fühle mich hier sehr wohl. Und ich glaube, dass auch der Spieler ja immer noch ein Stück weit mehr mitredet, wo er dann letztendlich auch Fußball spielen will. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch wenig Infos für die nächste Frage bekomme. Aber ich versuche es natürlich trotzdem. Es sind schon viele Infos, die ich hingehe. Das stimmt. Mit Asker Sörensen, Tim Handwerker, Enrico Valentini und Nicola Dovedan sind ja auch noch mal vier weitere Spieler, wo der Vertrag nächstes Jahr, glaube ich, ausläuft. Auch da laufen wahrscheinlich schon die Gespräche. Ja, es sind unterschiedliche Konstellationen bei allen vier Spielern unterschiedliche Ansätze. Wir sind mit allen in Gesprächen und werden wir abwarten, was wir dazu vermelden haben oder nicht. Was Sie auch vermeldet haben, das Trainerteam hat nahezu geschlossen verlängert. Also Co-Trainer, Fitnesstrainer, Reha-Trainer haben alle neue Verträge unterschrieben. Nur mit Tobi Schweinsteiger werden Sie sich erst im kommenden Jahr wahrscheinlich unterhalten. Ja, Tobi, wir haben gesprochen und Tobi hat jetzt seinen Fußballlehrer bestanden. Er hat natürlich auch für sich die Ambition, irgendwann auch mal als Cheftrainer zu arbeiten, was für mich legitim ist. Ja, und da werden wir uns im Frühjahr zusammensetzen, inwieweit seine Wünsche vielleicht in Erfüllung gehen im Sommer. Hauptamtlich als Cheftrainer irgendwo zu arbeiten. Oder ob er sagt, mein Weg in Nürnberg ist auch noch nicht vorbei, ich mache auch noch weiter. Also das ist noch eine Personalie, die nehmen wir mit ins Frühjahr. Sie kennen das natürlich als Sportvorstand. Es ist immer nicht nur im Winter, sondern auch im kommenden Sommer wieder eine Zeit der Transfers, des Umbruchs. Jetzt sind Sie gerade am entwickeln, bauen ein Team auf aus einer gesunden Achse und natürlich auch mit jungen Talenten. Wie sehr befürchten Sie, dass im nächsten Sommer dann wieder so ein kleinerer Umbruch anstehen könnte? Also das muss ja nichts verkehrtes sein. Ich glaube, Blutaufrischung tut jedem Kader immer gut, wenn er nicht zu groß ist. Und darauf werden wir Wert legen, dass der Umbruch nicht zu groß wird, weil wir, denke ich, schon eine gute Achse haben. Wir haben, denke ich, eine gute Basis jetzt gelegt für die nächsten Monate. Und was im Sommer ist, kann ich jetzt eh noch nicht vorhersagen. Und selbst dann, wenn es so sein sollte, dass wir den anderen Abgang haben, den wir jetzt nicht sehen oder den wir nicht haben wollten, dann wird es andere Spieler geben, die es dann auch wieder gut machen. Sie wollen natürlich keine überzogene Erwartungshaltung aufbauen. Aber wenn ich Sie mal ganz plakativ frage, wann ist denn der Klub mal bereit für die erste Liga? Was würden Sie sagen? Wenn wir da sind, dann sind wir bereit. Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich noch fürs neue Jahr, wenn Sie sich persönlich und sportlich vielleicht was wünschen dürften? Dass wir die Pandemie irgendwann mal hinter uns lassen, wobei ich da wenig Hoffnung habe. Ich glaube, das wird uns noch ein ganzes Stück weit oder monatelang begleiten. Jetzt auch mit der neuen Variante wieder. Also da habe ich wenig Hoffnung. Trotzdem, gerade das muss man sagen, die Gesundheit spielt natürlich gerade in den letzten Jahren doch eine erhebliche Rolle für uns alle. Dass wir da wegkommen von diesen ständigen Inzidenzen und Todesfällen durch die Pandemie. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Ansonsten bin ich einer, der sich viele Wünsche selbst erfüllt hat in seinem Leben. Und da bin ich sehr gelassen. Und wenn es ums Sportliche geht, dass der Klub weiterhin so viel Freude macht wie jetzt in der Vorrunde. Herr Hecking, vielen Dank für das Gespräch. Dann kann ich nur noch gute Entscheidungen und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Und dann sieht man sich hoffentlich gesund auch im neuen Jahr dann wieder. So machen wir das. Dankeschön. Gitarren. Ambrich. Ambrich. Das war das Thema.